Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal stelle ich euch meine Multimedia-Plattform vor, die aus der Distribution Linux Mint 21 und dem TDE Desktop besteht. Bevor es aber losgeht, erstmal zu diesem Video. Warum das überhaupt? Dieses Video ist Teil eines Projektes mit mehreren YouTubern aus dem Linux- und Open-Source-Bereich, bei dem jeder seine Lieblings-Distribution und seinen Lieblings-Desktop vorstellt. Bei mir ist es so, ich verwende entweder Debian oder Linux Mint Ubuntu, je nachdem, was ich gerade für mein Projekt ganz gut brauchen kann. Letztes Jahr habe ich ein Video dazu gemacht, wie meine Arbeitsumgebung aussieht. Da ist ein Debian 11 drunter und der TDE Desktop drauf. Der ist quasi so der rote Faden durch meine ganzen, ja, Desktops. Den benutze ich halt unabhängig von der Distribution, die unten drunter liegt. Für Multimedia ist es halt jetzt Linux Mint 21. Okay, wieder zurück. Dieses Projekt wurde von Michael Franken ins Leben gerufen. Guckt er mal auf seinem Kanal vorbei. Und ihr findet dort so eine Kurzzusammenstellung von den einzelnen Teilnehmern, wo die ihren Kanal vorstellen, wo es die Links zu den Videos gibt, die das Ganze ein bisschen genauer beschreiben. Also so wie mein Video hier und ja vieles, vieles mehr. Also abonniert ihn gerne, wenn ihr diese Videos mögt. Noch ein paar weitere Dinge von mir. Also ich habe den Kanal Nichter Weisheit letzter Schluss. Den gibt es auf Peertube, wenn ihr kein YouTube mögt. Und eben auf YouTube selbst. Alle Informationen, also Links zu Videos, zu den einzelnen Folgen, welche Folien ich dort zeige. Also das hier ist so eine Folie. Dort sind auch Links drin. Das findet ihr alles unter weisheit.gos-habermann.de. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch mein Video vom letzten Jahr angucken. Wo es denn darum geht, meinen Arbeitsplatz vorzustellen, wo ein Debian 11 drunter ist und ein TDE Desktop. Viele einzelne Details um den TDE Desktop habe ich letztes Jahr vorgestellt. Die werde ich dieses Jahr nicht wieder vorstellen. Also da sind so Kleinigkeiten drin, was ich ganz gerne benutze. Das gibt so ein kleines Programm, das heißt KT Time. Und dort kann ich denn so eine Eieruhr für Tee drin haben. Also dann macht das so plopp, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und viele weitere kleinere Helferlein und größere kleinere Programme, die es im TDE Desktop so gibt, die stelle ich dort vor in dem Video vom letzten Jahr. Die stelle ich jetzt nicht nochmal vor. Also wenn euch TDE interessiert, was es da noch so alles gibt, dann guckt einfach dieses Video, was hier verlinkt ist. Dann dazu, warum ich Linux Mint 21 überhaupt verwende. Es hat eine Ubuntu 22.04 Basis und die ist ganz praktisch, weil man da zum Beispiel sogenannte PPAs mit dazu installieren kann. PPAs sind Paketquellen, wo es zusätzliche Pakete gibt, die nicht in dem Umfang von dem Ubuntu bzw. Linux Mint mit dabei sind. Das nutze ich für einige Dinge, damit ich aktuelle Versionen reinkriege. Das ist mir an einigen Stellen wichtig, aber normalerweise möchte ich eine stabile Basis haben, sodass die ganzen Pakete quasi bloß Sicherheitsaktualisierung über den ganzen Release-Zeitraum bekommen und ich damit möglichst wenig Arbeit und Fluktuation habe. Gibt allerdings zwei Ausnahmen, zu denen komme ich gleich noch, wo ich wirklich immer die neueste Version haben möchte. Dann ein weiteres Thema ist Snap. Das ist ein zusätzliches Paketsystem von Canonical, der Firma hinter Ubuntu. Damit bin ich nicht wirklich einverstanden. Da laufen Hintergrunddienste, die ich nicht möchte und es ist proprietär. Das heißt also, Canonical hat da sehr stark die Hand drauf. Es gibt bloß einen offiziellen quasi Shop, wo man diese Pakete herkriegt. Das mag ich nicht. Und in Linux Mint 21 ist Snap einfach nicht vorhanden. Dort bekomme ich auch meinen Webbrowser als normales Debian-Paket ohne dieses ganze Snap-Gedöns drumherum. Die Treiber-Unterstützung, die ist von Linux Mint 21, ja quasi von Ubuntu geerbt. Die ist sehr gut auf dem System, wo ich es jetzt ausführe. Das ist letztendlich ein Gaming-Laptop. Da ist eine NVIDIA-Grafikkarte drin und ein paar andere Sachen. Er ist relativ neu und das lief alles sehr problemarm. Von daher, die Treiber-Unterstützung ist für mein Gerät da sehr gut. Ich habe auch vorher geguckt, was da drin ist und dann habe ich mir erst den Laptop bestellt. Ja und genau, damit bin ich zufrieden. Dann ein bisschen dazu, was ich so für Anwendungen auf diesem System verwende. Einmal für Ton, also Tonbearbeitung, ein bisschen Tonschnitt. Dafür verwende ich das Audacity. Dann Bildbearbeitung, wenn es um Pixelgrafiken, Fotos und so weiter geht, verwende ich Gimp. Für Vektorgrafiken Inkscape. Damit mache ich irgendwelche Grafiken, wie hier für die Logos. Die passe ich dann vielleicht ein bisschen an. Oder wenn ich irgendwelche Beispielgrafiken mache, mache ich das normalerweise mit Inkscape. Für das Streaming bzw. Videoaufzeichnung verwende ich OBS, die Open Broadcaster Software. Da steht in Klammern PPA hinter. Das ist eine von den beiden Anwendungen, wo ich immer gerne das Neueste haben möchte. Und die neuesten Pakete gibt es in so einem PPA, direkt von den Entwicklern von OBS. Die werden dort bereitgestellt. Und wenn es eine neue Version von OBS gibt, landet die in diesem PPA und ich kann sie ganz einfach installieren. Das nächste ist für mehrspurigen Videoschnitt gedacht, womit ich hinterher meine Videos schneide, um irgendwelche Dinge noch anreichere, irgendwelche Soundeffekte, die ich manchmal einbaue. Ich habe auch so eine Warte, so eine Pausenschnecke, die dann manchmal durchs Bild läuft und anderen Firlefants. Das mache ich mit KDN Live. Und dort kann ich mehrere Videospuren, mehrere Audiospuren zusammenpacken, mit irgendwelchen Effekten versehen und so weiter und so fort. Das ist das Programm, was ich quasi als letztes anfasse, bevor ich ein Video hochlade. Dann gibt es ein anderes Programm, was zwar auch Videoschnitt ist, aber was deutlich einfacher ist, was ich dafür nutze, um irgendwelche Videos mal kurz zusammenzuschneiden. Da packe ich keine Effekte drüber oder sonst irgendwas. Und ich habe bloß eine Video- und eine Audiospur da drin. Das ist AVI Demux. Damit kann ich auch wunderbar Videos neu komprimieren. Wenn ich sehr große Videos erstmal habe, zum Beispiel aus meiner Videokamera, aus der Digitalkamera, da fallen sehr große Videos raus. Und ich kann die dann mit einem effizienteren Video-Codec nochmal neu komprimieren, dass ich bei gleichem visuellen Bildeindruck einfach eine kleinere Datei habe. Und das kann ich auch mit AVI Demux machen. AVI Demux, da steht in Klammern hinter App-Image. Das ist ein anderes Paketformat, was unabhängig von der Distribution funktioniert. Da habe ich eine einzelne Datei, die lade ich runter, mache sie ausführbar und benutze es einfach. Ziemlich einfach. Das wird nicht automatisch aktualisiert, wie beim PPA oder bei den Paketen, die ich so in meinem Linux Mint habe. Ja, und bei AVI Demux ist es mir relativ egal. Da gibt es nicht so viele Versionssprünge oder sonst irgendwas. Da bin ich normalerweise mit einer Version zufrieden, bis ich ein System neu aufsetze. Oder wenn ich irgendwann denke, jetzt könnte ich doch mal eine neue Version haben, lade ich mir einfach die neue Version bei Hand runter. Bei den Webbrowsern verwende ich verschiedene Browser für verschiedene Anwendungszwecke. Ich habe einmal den Brave. Den gibt es nicht in dem normalen Paketsystem bei dem Linux Mint. Und ich sehe gerade, das ist mein drittes PPA. Also ich habe nicht bloß zwei, sondern sogar drei. Da kann man auch andere Dinge mitmachen, wie ein integrierter Tor-Browser ist da drin. Damit kann ich Webseiten besuchen, die vielleicht so ein bisschen übergriffig sind, was das Einbinden von Werbenetzwerken angeht. Ja, dann kriegen die halt irgendeine IP-Adresse vorgesetzt und dann sollen sie da wunderbar irgendwelche Werbeanalysen mitmachen. Da haben die eine Menge Spaß mit und ich bin zum einen die Werbung los und zum anderen gebe ich keine Informationen, womit sie was anfangen können. Dann habe ich den Mozilla Firefox. Den benutze ich auch für viele Sachen und Chromium für noch ein paar andere Dinge. Also das kommt darauf an, was es nun gerade ist. Also für Videokonferenzen benutze ich eher den Firefox. Es gibt aber auch Fälle, wo der Firefox wiederum nicht funktioniert. Dann muss ich einen anderen Browser nehmen. Und ich hatte auch schon mal Fälle, dass der Brave nicht funktionierte und dass der Firefox nicht wollte. Und dann musste ich Chromium nehmen. Also drei Browser für quasi alle Fälle. Irgendwas geht immer. Den Heroic Games Launcher, den benutze ich für Spiele, die es bei Epic gibt. Man kriegt jede Woche ein oder zwei Gratisspiele von mehr oder weniger guter Qualität. Meistens ist es eher so, aber hin und wieder sind mal so ein paar Perlen mit dabei. Die sind auch DRM verseucht. Aber ich kriege es kostenlos. Ach, warum nicht? Nehme ich mit. Ich habe kein Geld ausgegeben. Und wenn sie irgendwann meinen, dass ich die nicht mehr spielen sollte, habe ich jedenfalls keinen großartigen Verlust. Jedenfalls keinen finanziellen dabei. Ich kann es bloß nicht mehr spielen. Also von daher ist es mir egal. Und dieser Heroic Games Launcher, der ist so eine Oberfläche zum Runterladen und Spielen von diesen Spielen. Und er bringt auch eine Laufzeitumgebung mit, damit ich diese für Windows eigentlich veröffentlichten Spiele auch unter Linux spielen kann. Und das hole ich mir auch als AdMimage. Ja, dann haben wir noch den letzten Punkt. Virtualisierung. Das mache ich in VirtualBox. Zeige ich in einigen Videos. Da stelle ich irgendwelche Distributionen vielleicht mal vor. Das läuft dann in einer Virtualisierung, damit es getrennt ist von meinem üblichen System. Und noch ein paar Informationen zu dem Linux Mint. Viele Informationen bekommt ihr unter Linux Mint.com. Also die Installationsmedien zum Brennen auf eine DVD oder zum Schreiben auf einen USB-Stick könnt ihr dort runterladen. Es gibt drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt drei verschiedene Desktops. Es gibt den Mate Desktop. Es gibt den XFCE Desktop und den Cinnamon Desktop. Das gibt es erst mal so fertig. Mein TDE Desktop ist nämlich nicht mit dabei. Wenn ihr den nicht wollt, könnt ihr es einfach so installieren, wie es da mitkommt. Ist eine gute Distribution, würde ich sagen. Auch für Einsteiger geeignet. Und probiert es einfach mal aus, unabhängig von dem, was ich gleich über TDE erzähle. Wie kommt man jetzt dazu, TDE zu benutzen und nicht einfach irgendwas, was bei Linux Mint schon mit dabei ist? Ja, ganz einfach. Das ist meine gewohnte Umgebung, mit der ich produktiv arbeiten kann. Also ich habe mich über die Jahre dran gewöhnt. Das ist alles irgendwie so, wie ich es kenne. Und damit ich Dinge schneller wiederfinde, finde ich das eine ganz tolle Sache. Wenn ihr mit anderen Dingen quasi groß geworden seid oder das lange genug benutzt und ihr andere Bedienkonzepte gut findet, seid ihr da natürlich besser aufgehoben als bei TDE. Aber für mich ist es so eine Sache. Ich kenne es. Ich weiß, wo was ist und so weiter. Das fängt damit an, dass sich das relativ gut konfigurieren kann. Da sind einige Dinge drin, die nicht in so einem Standard-TD-Umfang drin sind. Ich habe da ein bisschen was umgebogen, sodass es meinem Workflow ganz gut entspricht. Insgesamt ist es eine sehr schlanke und ressourcenschonende Umgebung. Das ist so ein Punkt, der heutzutage vielleicht weniger wichtig ist als noch vor einigen Jahren. Aber ich kann damit auch alte Rechner ganz gut noch verwenden. Muss ich nicht wegschmeißen. Und auf meinem Multimedia-System ist es eigentlich total egal. Also da sind genug Ressourcen da. Aber es ist meine bekannte Umgebung. Was ich auch noch ganz gut an TDE finde, ist, es gibt Symbole, die ich quasi wiedererkenne. Also schon anhand der Farbe erkenne ich, worum es da geht. Ich muss nicht so genau hingucken, was das für so ein Symbol ist. Es ist das, was die richtige Farbe hat. Also so ein Firefox, der ist halt orange, der sitzt unten in meiner Liste drin. Oder ein Brave sitzt unten drin in meiner Liste drin. Der ist dann rot und so weiter. Also Farben finde ich eine tolle Sache bei Symbolen. Mit diesen, ja, Schwarz-Weiß-Symbolen, die ich irgendwie so als retro finde, dass man wieder auf Schwarz-Weiß zurückgreift wie den 80ern. Ja gut, kann man mögen. Finde ich irgendwie blöd. Ich habe es gerne farbig. Ja was anderes, ich habe eine Oberfläche, die nicht deprimierend grau ist. Ich mag keine grauen Oberflächen, so gar nicht. Also diesen Dark Mode und das finde ich total furchtbar. Finde ich echt deprimierend. Muss ich nicht haben. Andere finden es toll. Es gibt Designer, die es einfach toll finden, dass das nicht so ablenkt. Kann ich verstehen. Ist aber überhaupt nicht mein Fall. Von daher ist TDE das, was mir sehr gut entgegenkommt, ohne dass ich Dinge nicht komplett umstellen muss. Also das ist von Haus aus schon ein bisschen bunter. Dann ein bisschen Historisches dazu. Von wo kommt dieses TDE eigentlich? Warum gibt es das überhaupt? Bis zu Debian 5.0 Lenni, was zwischen 2009 und 2011 im Support-Zeitraum war, gab es letztmalig das KDE 3.5.9. Denn das TDE ist eine Abspaltung, so ein Fork von der letzten Version. Und dann haben andere TDE, also mussten sie umbenennen, also das KDE 3.5 haben sie quasi weitergeführt, mussten es aber umbenennen. Darum heißt es Trinity Desktop Environment TDE und nicht mehr KDE irgendwas. Und TDE erschien erstmalig 2010, bevor das in Debian als Support auslief. Aber das KDE-Projekt hat gesagt, sie möchten das nicht mehr unterstützen. Sie wollen sich auf KDE 4 konzentrieren und ja, das alte 3.5er wurde nicht mehr weiterentwickelt. Darum haben es andere gemacht. Das ist auch ein super Vorteil an Open-Source-Entwicklung. Wenn der Hersteller keine Lust mehr auf ein Produkt hat, dann ist das Produkt nicht unbedingt tot. Jemand anders kann den Quelltext nehmen, kann ihn weiter erweitern, kann ihn korrigieren, kann damit grob machen, was er möchte. Und so ist es beim TDE-Projekt auch gewesen. Das KDE-Projekt wollte es nicht mehr und jemand anders konnte es halt fortführen. Und so ist es halt gelaufen und TDE gibt es immer noch. Das ist ungefähr so wie Marte, was der Nachfolger ein Fork von GNOME 2 ist. Ich habe es zwar schon gesagt, aber hier wiederhole ich es nochmal. Ich habe letztes Jahr schon ein Video gemacht zu den TDE-Programmen und kleinen Werkzeugen Helferleihen. Da gibt es dieses Video hier, das ist dort verlinkt in den Folien und das sind meine Lieblinge vom letzten Jahr. Da ist zwar ein Debian 11 drunter, aber der TDE-Desktop bleibt der gleiche und guckt da einfach mal vorbei, wenn euch das interessiert. Dann Informationen beziehungsweise Installationspakete findet ihr unter www.trinitydesktop.org. Dort gibt es auch Installationspakete für sehr viele weitere Distributionen. Also für verschiedene Debiants gibt es das, für Ubuntu, für Linux Mint, was ja ein Ubuntu-Fork ist. Und für weitere andere Distributionen, ich glaube AlmaLinux ist mit dabei, vielleicht auch Fedora und Co. Also wenn ihr es mal ausprobieren möchtet, kein Debian habt, kein Linux Mint, dann findet ihr dort die Pakete und wie man die dort installiert. Wie ich schon erwähnt hatte, ich bin wirklich kein Fan von dunklen und grauen Oberflächen. Ich habe es ganz gerne ein bisschen bunter, aber Anwendungen, die nicht zu dem TDE-Kosmos dazugehören, die hätte ich natürlich auch gerne in Nicht-Grau. Da kann ich die Anwendungen anpassen, damit sie optisch ganz gut zur TDE und meinem eher fröhlichen Farbschema passen. Das mache ich zum Beispiel bei Inkscape, bei GIMP, bei KDN Live und OBS, damit ich einen sogenannten Light-Mode habe. Ja, willkommen auf meinem Multimedia-System. Das ist wirklich so, wie es aussieht. Ihr seht jetzt die direkte Ausgabe von der Grafikkarte von meinem System hier, von meinem Multimedia-System. Und da gucken wir mal so ein bisschen rein, was ich da so für Multimedia-Sachen mit mache. Zum einen habe ich hier Videoschnitt. Also hier habe ich so eine Suchleiste, da kann ich den Begriff eingeben. Ich kann zum Beispiel KDE, N, ja, mehr brauche ich gar nicht. Und dann werden Kategorien ausgegraut, wo das einfach nicht passt. Das letzte ist noch Multimedia. Das bleibt noch unausgegraut. Und dann habe ich hier KDE, weil das ein KDE-5-Programm ist, was nicht wirklich zu Trinity dazugehört. Was ich aber hier ausführen kann, hat das nochmal eine extra KDE-Kategorie. Da gehe ich dann drauf und das ist mein Video-Editor. Der ist normalerweise, wie er aus der Tüte fällt, schwarz-grau. Wie gesagt, das ist nun nicht so mein Farbschema, womit ich glücklich bin. Aber gucken wir uns erstmal an, wie das so aussieht, wenn man so ein Projekt lädt. Auf diesem System habe ich Dinge geschnitten und vorbereitet, die deutlich komplizierter waren. Da waren ja unter anderem auch hier Spielen oder Linux mit bei. Das habe ich für die Tux-Tage gemacht in einer kürzeren Version. Und dann gibt es zwei Teiler mit wirklich allen Spielen, die ich vorbereite. Obwohl nicht zwei habe ich leider irgendwie vergessen. Aber dazu gibt es nochmal ein zusätzliches Video demnächst. Und das habe ich auf dem Rechner hier gemacht. Denn das Blöde an solchen Video-Bearbeitungssachen ist, je nachdem, wie komplex das Ganze ist, braucht ihr ordentlich Rechenleistung dafür. Ich habe eine Nvidia-Grafikkarte drin. Die nimmt meinem Rechner einige Dinge ab. Also die kann Videos direkt auf der Grafikkarte komprimieren. Und das viel, 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 viel schneller, als was das meine CPU könnte. Ich glaube, ihr hört es nicht, aber der Lüfter ist jetzt angesprungen. Und das Video, was ich hier habe, das ist, denke ich mal, das umfangreichste und größte, was ich gemacht habe. Ich habe da Rohdaten von ungefähr 80 GB drauf mit irgendwelchen Videomitschnitten, die ich mal gemacht habe. Und das Ganze zu arrangieren und so weiter, das ist schon ein bisschen umfangreicher. Ich kann das so ein bisschen hin und herziehen. Und da habe ich rechts oben meine Vorschau. Dann habe ich hier mein quasi Hauptvideo in der Mitte. Dann habe ich hier zusätzliche Dinge, die ich da einblende. Also wie hier den zweiten Teil mit noch mehr Spielen gibt es in der folgenden Woche. Das steht dann da drin. Und da habe ich dann nochmal so eine weitere Ebene drüber gelegt mit hier weiter sagen, abonnieren und Glocke drücken. Und ein bisschen Krempel. Das ist einmal der Pinguin, der mit dabei ist. Und unten diese Einblendung da. Also da kann man mit so verschiedenen Ebenen arbeiten, die so übereinander geblendet werden. Mein Grundvideo ist weiterhin hier drin. Das ist sichtbar. Und mit Transparenzen kommen da weitere Dinge obendrauf. Genauso wie ist es mit Audiospuren. Da habe ich hier so eine Audiospur, die direkt zum Video gehört, die also mit aufgenommen wird, wo ich denn mein Mikrofon drin habe, wo ich denn rede. Und jedes Mal gibt es dann einen Ausschlag hier, wenn da was kommt. Und ich kann auch viele weitere Audiospuren hinzufügen. Irgendwo habe ich, glaube ich, auch mal Effekte dazu gepackt. Da macht es den Plopp oder ich weiß es nicht. Da macht es irgendwie Geräusche noch zusätzlich zu dem, was ich da erzähle. Genau, da macht es Flatsch. Moment, da ist ein kleiner Nachschlag zu OpenRA. Das Ganze ist eine... Genau. Also da kann man verschiedene Audiospuren kombinieren. Kann Audioeffekte auf irgendwelche grafischen Elemente legen, dass das Teil zusammenpasst. So wie hier so Flatsch. Für dieses Video habe ich sehr viel vorher aufgenommen. Und das dieses Mal auch in 60 Bildern pro Sekunde. Sonst für die Standardvideos, die ich hier mache. Wie das Video, was ihr hier seht, das sind auch 30 Bilder pro Sekunde. Wo es nicht unbedingt schnelle Szenen gibt, wo ich mich ja doch relativ langsam bewege. Dafür reichen 30 Bilder pro Sekunde vollkommen aus. Aber für diese Spielen unter Linux habe ich dann mal 60 genommen. Das ist dann natürlich viel, viel flüssiger. Verbraucht aber natürlich mehr Speicherplatz. Aber da es sich um Spiele handelt, wollte ich das dann auch mal haben. Und da habe ich viele Spiele mal angespielt, aufgezeichnet mit diesen 60 Bildern pro Sekunde. Und am Anfang habe ich dann mal so einen Überblick über verschiedene Spiele, die unter Linux laufen, gemacht. Und ja, die gibt es dann so als zwei Sekunden Häppchen, da mal so als Teaser am Anfang. Das hat auch relativ viel Zeit natürlich gefressen. Und das zu rendern und so weiter, das ist eine Menge Arbeit. Darum ist das gut, dass ich da so eine Grafikkarte drin habe, die auch das Komprimieren mir abnehmen kann. Ja, genau. Spielen unter Linux. Dann habe ich hier Dinge drin, die ich vorher aufgenommen habe. Also viele Videos. Bei meinen Videos ist es normalerweise auch so, dass ich einige Teile mehrfach ansetze, weil ich mich irgendwie verhaspelt habe. Das ist mal ja auch mehrfach. Kommt denn da, das schneide ich dann natürlich raus. Es sei denn, ich finde es so lustig, dass ich nachher doch drin lasse. Aber normalerweise versuche ich da die Videoanteile rauszuziehen, die ja kein kompletter Unfall sind. Genau, und da habe ich vieles drin. Da habe ich Soundeffekte drin, da habe ich Überblendungen drin, nochmal einzelne Grafiken hier. Da habe ich an einer Stelle drin, da erkläre ich dann, wie man früher Daten gespeichert hat auf Kassetten, was eine Kassette ist und solche Sachen. Das blende ich da denn alles zusammen. Und das ist mein Videoschnitt mit KDN Live, wo ich wirklich diese vielen Spuren habe. Und je nachdem, was für ein Video das nachher wird, ist das mehr oder weniger kompliziert. Und das hier ist so das Komplizierteste, was ich gemacht habe und was auch den größten Umfang an Speicherplatz verwendet. Wenn ihr also mal mit Videoschnitt was ausprobieren wollt unter Linux, empfehle ich euch wirklich mal KDN Live zu testen. Dazu gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Videos bei YouTube, zum Beispiel bei Linux Guides. Der Kollege Jean hat da eine Menge zu gemacht. Er ist quasi länger im Geschäft drin als ich. Also da gibt es gute Videos von ihm, wie man es bedient. Das wäre so die erste Anlaufquelle, die ich euch nennen würde, wenn ihr Videoschnitt machen wollt. So viel zu KDN Live. So ein bisschen, was man damit machen kann. So ein quasi Teaser dazu. Nettes Programm, guckt euch das an. Dann zu den Einstellungen, wie man das Ganze so ein bisschen an TDE anpassen kann. Dass ihr einmal Symbol habt, die man auch sehen kann. Wenn ihr das falsch einstellt, dann sind diese Symbole hier quasi nicht zu sehen. Ich glaube, das ist denn so ein Grau auf Grau. Also man kann die nicht wirklich erkennen. Aber so habe ich jetzt ein Farbschema, was ich zumindest lesen kann. Entspricht nun nicht unbedingt meiner Bundphilosophie. Aber da es nicht so viele Icons sind. Hier eine Schere kann ich erkennen. Das hier kann ich was auswählen. Das hier, da kann ich, ich weiß es nicht, habe ich noch nicht benutzt. Und damit kann ich diese ganzen einzelnen Videoblöcke hier mit den ganzen Effekten und sonst was, kann ich damit hin und her schieben. Damit ich diese Icons erkennen kann und das Ganze nicht grau ist, gibt es hier unter Einstellung einmal Farbschema. Da wählt ihr das letzte hier, dieses Breeze-Helm. Breeze-Dunkel ist voreingestellt. Also damit kann man es gut lesen. Und unter Schiel könnt ihr verschiedene Anpassungen nehmen, wie das Ganze aussehen soll. Und für mich ist hier dieses Plastik ganz gut. Also damit gibt das so einen stimmigen Eindruck. Und mit diesen zwei Einstellungen kann man es lesen. Und es ist halt nicht mehr dunkel-depri-grau, sondern ein fröhliches Hellgrau. Dann wollte ich euch auch nochmal Audacity vorstellen. Das ist ein Audio-Bearbeitungsprogramm. Damit kann man Audio-Bearbeitung machen. Das hat auch mehrere Spuren. Ihr könnt Effekte draufpacken und alles Mögliche. Ich benutze das eher zum Zurechtschnipseln von irgendwelchen Audio-Aufnahmen, die ich in Videos verwende. Manchmal packe ich dort auch Effekte drüber. Aber ich mache damit jetzt keine umfangreichen Mehrspuren, Audio, sonst wie Bearbeitung. Das ist bei mir relativ primitiv. Ich kann mal gucken, was ich so als letztes hatte. Alle Materialien zum Einblenden. Also ich habe manchmal solche Grafiken hier aufploppen und dann soll es irgendwie ein Geräusch dazu geben, damit das irgendwie passt. Und da gibt es so eine Stelle, wo ich so einen Stempel habe. Der wird quasi so runtergestempelt und was ploing. Und dafür habe ich mir so ein Sound-Sample runtergeladen. Das macht dann sowas hier. Ja, und damit das nicht mit leer anfängt, kann ich das so nehmen hier, klicken, festhalten, entfernen, drücken. Und hier hinten, da kommt auch irgendwie nichts mehr. Das kommt auch noch weg. Und dann kann ich das als neue Datei abspeichern und dann als bereinigte Form in KDN Live einbinden. So, dass ich, wenn ich das hinziehe in meiner Audiospur, dass sofort dieser Effekt kommt und kein Leerlauf davor und danach kommt, damit dieser Effekt sofort wirkt, wenn ich die entsprechende Grafik an der richtigen Stelle habe. Das macht es für mich einfacher, damit das sofort zusammenspielt, damit es synchron ist. Bild und Ton gehören ja an der Stelle überhaupt nicht zusammen. Ich arrangiere das neu und damit habe ich es dann halt an der richtigen Stelle dort drin. Damit sich Audacity auch in mein Farbschema einpasst, damit es eben auch hell und fröhlich ist, gibt es hier unter Bearbeiten Einstellungen und dort gibt es Interface. Und da kann ich dann sagen hier Thema und nehme hell. Standard ist es, glaube ich, auf dunkel, aber das möchte ich nicht, also setze ich es um auf hell. Dann habe ich noch Inkscape, ein Vektorzeichenprogramm, das bedeutet, dass ich keine Pixeldaten habe, sondern dass ich quasi beliebig in irgendwelche Grafiken reinzoomen kann, ohne dass es diese Treppenartefakte gibt, die ich bei Pixelgrafiken habe. Normalerweise verwende ich dabei Grafiken von FreeSVG, die kann ich ohne Angabe von Lizenzen oder sowas verwenden, kann sie anpassen. Die sind freigegeben von den Künstlern und für die Allgemeinheit zum Benutzen und ihr könnt sie editieren, wie ihr es möchtet. Normalerweise bastele ich mir aus diesen Clipart-Grafiken was zusammen, was ich ganz gut finde und passe die so ein bisschen an. Also irgendwelche Farben, wenn die mir nicht gefallen, dann ändere ich die oder wenn ich da so eine Komposition runterlade, wo viele einzelne Elemente drin sind, dann suche ich mir das raus, was ich haben möchte und baue mir daraus das zusammen, was ich denn brauchen kann für meine Präsentation, meine Folie. Hier habe ich denn die Farben so ein bisschen angepasst, die waren vorher anders von der Diskette und das waren zwei Einzelgrafiken. Da ging es in diesem Video darum, wo wir irgendwelche Spielmöglichkeiten hatten, wo kriegt man die Spiele denn her? Und da habe ich gesagt, ja, es gab früher diese Disketten und so, die sahen so aus, das waren die kleineren und es gab auch größere, da habe ich dann eine andere Grafik für, da, ja, und das blende ich dann so ein und passe das so ein bisschen an. Das waren vorher zwei einzelne Dateien, also Diskette von hinten und von vorne und die habe ich dann zusammengepackt, von der Farbe ein bisschen angepasst, sodass die beide diesen selben, ja, blau-grau Ton haben. Also, Inkscape ist eine tolle Sache, wenn ihr entweder selbst künstlerisch begabt seid, da könnt ihr tolle Sachen mitmachen, oder so wie ich, da könnt ihr einfach freie Grafiken nehmen, die es bei 4SVG zum Beispiel gibt, und die komponieren zu einem neuen Bild und das dann verwenden, wie ihr es halt wollt. Könnt ihr natürlich auch drucken oder in Videos verwenden. Ja, damit sich das Ganze auch so ein bisschen einpasst in mein Farbschema und ja schön bunte Icons hat, die ich auch immer sehr toll finde, da kann ich halt grob nach Farbe gehen. Also hier so das Rechteck, das ist blau, der Kreis, der ist rot. Dann habe ich hier für so einen 3D-Würfel, da habe ich den lila, Stern ist gelb und so. Also die haben schon verschiedene Farben gewählt und das finde ich total praktisch. Als wenn das jetzt nun einfach grau wäre oder schwarz irgendwas. Also ich finde es gut, müsst ihr aber selbst wissen, ob das für euch was ist oder ob ihr wirklich nach der Formgebung das lieber machen wollt und euch von Farben nicht ablenken wollt. Also da scheiden sich so die Geister und ich bin eher so der bunte Typ. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch konfigurieren. Fällt normalerweise so nicht aus der Tüte, wenn ihr es neu installiert. Von daher gehen wir dann hier auf Bearbeiten und Einstellungen. Und dann gibt es hier Benutzeroberfläche und dann gibt es hier diesen Unterpunkt Thema. Und da kann man verschiedene GTK-Themen auswählen. Da gibt es denn hier verschiedene, also einmal Dinge, die bei Linux Mint mitgeliefert werden oder hier dieses System-Thema verwenden, Yahoo. Das passt ganz gut bei mir, aber ihr könnt auch verschiedene nehmen. Also sie ist weiter Dark. Das kommt aus dem Gnom-Umfeld und das ist, glaube ich, ja genau, das sieht halt aus wie ein Gnom. Das finde ich eher blöd. Von daher verwende ich lieber hier Yahoo. Genau, dann ist das heller. Und ich kann bei den Icons, bei diesen Bildern, die hier sind, die die Funktionen darstellen, auch verschiedene Sachen verwenden. Also Tango ist auch noch relativ bunt. Was gibt es noch? High Color. Achso, dann habe ich sowieso bloß die, obwohl, Multicolor. Also so ist das, was ich bei anderen Systemen gesehen habe und was ich eher irgendwie blöd finde. So ein bisschen klobige Grafiken, die denn schwarz-weiß oder grau Stufen sind, ist nicht mein Ding. Also von daher verwende ich dort auch Yahoo. Genau, und damit habt ihr es dann auf bunt umgestellt und das fügt sich ganz gut so in den TDE-Kosmos ein. Wenn ihr jetzt ein Programm starten möchtet, ohne dass ihr hier das Menü verwendet, könnt ihr auch Alt F2 drücken. Dann habt ihr hier so ein Befehl ausführen Fenster und dort könnt ihr Befehle direkt eingeben. Oder wenn ihr das schon mal gestartet habt, dann reichen auch die Anfangsbuchstaben. Also in diesem Fall reicht GI und dann gehe ich mit dem Pfeil nach unten, drücke einmal Enter und dann wird mir GIMP gestartet. Ja, und wie es bei GIMP so ist, das sieht normalerweise jetzt auch dunkelgrau aus und hat dieses schwarz-weiß Icon Set, also nicht so hübsch bunt wie bei mir. Da finde ich auch wiederum die Farbgebung gut. Also ich kann damit was anfangen, müsst ihr aber wie gesagt selber wissen, ob das was für euch ist. Ja, mit GIMP kann man Pixelgrafiken bearbeiten. Also nicht wie wir gerade hatten bei Inkscape, dass man Vektoren hat, sondern wirklich einzelne Punkte. Daraus ist das Bild zusammengesetzt und damit mache ich diese Vorschau-Bilder für YouTube und für Peertube, dass ihr da so einen Eindruck habt, ja guck mal, da ist dieser bekloppte Vogel da, der irgendwas erzählt. Meistens suche ich mir aus dem Video, was ich aufgenommen habe, irgendwie sowas, wo ich so ein bisschen bekloppt gucke. Das ist so dieser Hintergrund hier. Also das da ist alles mit dabei. Dann habe ich hier so einen Bereich, der so ein Rechteck ist, der denn da ist, damit man die Schrift besser sehen kann. Also das Rechteck ist das hier und die Schrift, die ich drauf packe, ist weiß. Das sind so einzelne Ebenen, die ich einzeln in GIMP hier bearbeiten kann. Und der Hintergrund ist das hier. Das ist auch eins. Dann habe ich hier als spezielles Zusatzstück da dieses Füllhorn, weil es Spielen unter Linux ein Füllhorn der Möglichkeiten ist. Das habe ich dennoch mal zusammengepackt. Und dann habe ich so eine Komposition aus verschiedenen Bildelementen, die ich frei positionieren kann. Also ich kann jetzt das hier nehmen und irgendwo anders hinpacken. Ich kann auch die Größe anpassen. Allerdings nicht so wie bei Inkscape. Jetzt sieht man hier schon diese einzelnen Pixel da und so Treppenstufen. Da es Pixeldaten sind, lässt sich das nicht sinnvoll größer skalieren. Also da bin ich deutlich eingeschränkter als bei Inkscape. Aber wenn ich Pixeldaten habe, wie so ein Bild von meinem Video, dann kann ich das damit ganz gut editieren. Ja, damit mache ich dann diese Grafiken, mache manchmal auch ein paar andere Grafiken. Aber überwiegend verwende ich GIMP für das Bauen von diesen Vorschaubildern. GIMP selbst fällt auch erstmal eher grau aus der Tüte und hat ein deprimierendes Farbschema mit den Icons. Das kann ich zum Glück aber auch anpassen. Also wiederum bearbeiten und Einstellungen. Und dann haben wir hier den Punkt Oberfläche mit Thema. Und da kann ich mir wieder verschiedene Themen auswählen. Ich glaube, das ist so das, wie es normalerweise aus der Tüte fällt. Aber ich möchte das hellere Schema haben. Beim Symbolthema ist es auch so, da heißt es Legacy. Das ist das, was bei GIMP früher wirklich standardmäßig mit dabei ist. Das haben sie jetzt so, ja, ist so ein Relikt aus vergangenen Zeiten ungefähr. Aber es ist zum Glück immer noch mit dabei. Ansonsten, wie sehen die denn? Ich glaube, so sieht es normalerweise aus. Und dieses Grau auf Grau, ich finde es furchtbar. Aber, wie gesagt, Geschmacksfrage, müsst ihr selbst wissen, wie ihr es gerne haben wollt. Ich habe es gerne lieber so. Kommen wir denn noch zu OBS. Das ist diese Software, damit ich streamen kann, also eine Live-Sendung mache und die ins Internet übertrage. Damit andere das sehen können. Das ist auch das, was wir quasi jeden Dienstag in der Jean und Hauke Show machen. Das gibt es denn auf YouTube, auf Twitch und über OnCast für diejenigen von euch, die, ja, amerikanische Unternehmen nicht so toll finden. Da gibt es denn unsere Live-Sendung und das Ganze wird mit OBS zusammengebaut. So eine Szene, so eine virtuelle Szene. Und wenn ich sowas aufnehme, also wie jetzt gerade, dann habe ich zum Beispiel hier eine Webcam drin. Das ist die Kamera, wo ihr normalerweise mich seht. Das habe ich jetzt mal so gemacht. Da habe ich jetzt mal einen Tux genommen und habe den dort für die Kamera gesetzt. Und dann baue ich mir so meine Szene zusammen, die aus verschiedenen einzelnen Komponenten besteht. Also ich habe hier so ein Mikrofon, also das Mikrofon, wo ich reinspreche. Dann habe ich die Webcam mit mir normalerweise und nicht dem Tux. Kann ich an und aus machen. Und dann habe ich rechts mein Nicht-der-Weisheit-letzter-Schluss, die Webadresse mit der blinzelnden Eule. Das ist so ein Video, was immer wieder durchläuft. Und dann habe ich einen weißen Hintergrund. Sonst wäre es nämlich schwarz. Und dann kann ich in mehreren Szenen verschiedene Dinge mit einblenden und mir das zusammenbauen, sodass ich so ein virtuelles Studio damit habe. Das Ganze kann ich einmal aufnehmen, dass es auf die SSD aufgenommen wird. Oder ich kann auch sagen, hier Stream starten und wird es halt ins Internet übertragen. OBS ist das Programm, womit ich erstmal alles aufnehme. Das, was ihr hier seht, das sind quasi die Rohdaten, also mit Ton und Bild, wo ich eine Datei rauskriege, die ich dann in KDN Live weiter bearbeite, um dann das endgültige Video zu bearbeiten. Normalerweise ist das OBS auch wieder in dunklen Farben gehalten. Darum stelle ich das denn auch um, damit sich das wiederum besser einpasst und weil es mir einfach besser gefällt. Wenn ihr das Ganze auch in einem fröhlichen Grau habt, dann geht ihr auf Datei und Einstellungen. Und unter Allgemein gibt es hier schon gleich als erstes Design. Da wird normalerweise was voreingestellt sein, was so aussieht. Könnt ihr mögen oder auch nicht, je nachdem. Und bei mir stelle ich es auf System und dann ist es eben deutlich heller. Und dann ist es auch so, wie ich es haben möchte. Ja, wenn euch das Thema OBS insgesamt interessieren sollte, gibt es in meinem Kanal auch ein Video, was ich gemacht habe für unsere Kilo Open Source und Linux Tage, die dieses Jahr das erste Mal als Hybridveranstaltung stattgefunden haben. Also wir haben die Vorträge live übertragen ins Internet und vor Ort konntet ihr eben auch daran teilnehmen. Das war insofern was Neues, da wir ansonsten bloß Aufzeichnungen von unseren Vorträgen vor Ort gemacht haben, haben wir dachträglich ins Internet gestellt. Oder in den Jahren davor, den zwei Corona-Jahren davor, haben wir eine reine Online-Veranstaltung gemacht. Und dieses Jahr war es eben wiederum anders. Und wie man Live-Streaming macht, da guckt einfach mal dieses Video nach. Falls ihr jetzt zufälligerweise aus dem Kilo Umkreis kommen solltet und Interesse habt, bei unseren Kilo Open Source und Linux Tagen nächstes Jahr mitzuhelfen, das wird wieder im September sein, dann könnt ihr einfach mal auf die Webseite gehen und ins Kontaktformular reinschreiben, dass ihr Interesse habt und dann können wir mal gucken. Zum Abschluss vielleicht noch mal was anderes, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Das ist hier der Heroic Games Launcher. Damit kann ich diese Epic-Spiele, die ich ja gratis gekriegt habe, auch runterladen, installieren und spielen. Da habe ich jetzt über die Zeit mal 79 gesammelt mit mehr oder weniger. Ja, naja, muss man mögen, sagen wir mal so. Das kann ich damit auch machen. Das gehört auch zu meinem Multimedia-System mit dazu, weil ich dort eine relativ gute Grafikkarte drin habe. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Wie gesagt, dieses Video Spielen unter Linux, ein Füllhorn der Möglichkeiten. Guckt euch das mal an, was da wirklich so alles funktioniert. Mal unabhängig davon, von hier dem Heroic Games Launcher und Epic. Es gibt sehr, sehr viele Open-Source-Spiele, die ihr unter Linux einfach so spielen könnt. Und da sind wirklich tolle Sachen mit bei. Also sowas wie 0AD zum Beispiel oder OpenRA. Das sind beides Eckzeit-Strategie-Spiele. Das eine ist in 3D und hat eine hübsche Grafik. Ja, um die Nullerjahre unserer Menschheitsgeschichte. Das ist durchaus interessant. Oder, falls ihr so ein bisschen retromäßiger das Ganze haben möchtet, gibt es mit OpenRA eine Game Engine, sodass ihr Command & Conquer 1 spielen könnt. Red Alert 1, Dune 2000. Und diese Spieldaten, die könnt ihr auch kostenlos verwenden und damit runterladen. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Ganze selbst mal auf Linux Mint 21 auszuprobieren, installiert, installiert ihr Linux Mint 21 erst mal in der Mate-Version. Das ist wichtig für das Skript, was ich euch vorbereitet habe, was dieses Linux Mint 21 Mate Edition umwandelt in ein Linux Mint 21 TDE Edition. Da werden erst mal ein paar Pakete entfernt, die es unter Mate gibt und ein paar andere Dinge gemacht, damit das Ganze quasi einmal so umgemodelt wird. Dieses Skript gucken wir uns auch nochmal genauer an. Das führt ihr hinterher als Root aus, also mit Systembenutzerrechten. Und bevor ihr sowas macht, solltet ihr auf jeden Fall in Skripte, die ihr aus dem Internet runterladet, reingucken, damit da keine bösartigen und gefährlichen Dinge drin sind. Einmal kurz als Überblick, was dieses Skript macht. Also es bindet PPAs ein für OBS und KDN Live, also für meine Streaming- und Videoaufnahmeplattformen und für meinen mehrspurigen Videoschnitt. Dort möchte ich gerne immer die neuesten Versionen haben, also binde ich ein PPA ein. Dann entferne ich den Mate-Desktop mit einigen Anwendungen, die ich alle nicht haben will. Dann habe ich so ein Linux-Mint ohne Desktop erstmal. Dann importiere ich vom TDE-Projekt einen Signaturschlüssel. Der wird gebraucht, um zu gucken, ob die Pakete, die von TDE bereitgestellt werden, auf dem Weg zu mir nicht verändert wurden. Und das ist kryptografisch abgesichert, sodass sich da keiner zwischenmogeln kann. Und da wird auch geguckt, ob die Pakete eventuell durch Übertragungsfehler kaputt gegangen sein sollten. Und damit das alles richtig ist, gibt es dafür einen Signaturschlüssel und den importiere ich erstmal. Dann brauche ich auch noch die Paketquellenliste vom TDE-Projekt, denn im Linux Mint 21 ist TDE erstmal überhaupt nicht bekannt. Und in dieser Paketquellenliste steht drin, von wo diese zusätzlichen Pakete runtergeladen werden sollen aus dem Internet. Dann installiere ich noch die TDE-Pakete. Das ist so ein ganzer Haufen, so ein Bündel mit verschiedenen Paketen, die zum einen den Desktop selbst darstellen. Also, was weiß ich, unten die Statusleiste zum Beispiel. Die ist da mit drin. So ein Desktop-Hintergrundbilder gibt es auch ein paar. Das ist in Paketen drin. Und einige TDE-eigene Anwendungen, wie so ein Texteditor. Der ist mit dabei. Und auch der KT-Timer, den ich bereits schon erwähnt hatte, womit ihr euren Tee zubereiten könnt. Also, auf die Zielzeit achten. Werfen wir zusammen nochmal einen Blick auf dieses Bash-Skript, was ich für euch vorbereitet habe. Da sind so Sachen drin, wie hier das PPA für OBS und KDN Live hinzufügen. Das geschieht über den Befehl und dann kommt die Adresse von dem PPA jeweils dahinter. Dann haben wir noch das Y. Das Y bedeutet, dass ich keine Nachfragen haben möchte. Ansonsten würde dieses Kommandozeilenprogramm noch fragen, ja, sollen wir dieses PPA auch wirklich hinzufügen? Und damit mein Skript durchläuft, ohne irgendwelche Rückfragen zu stellen, packe ich minus Y mit dazu. Ja, dann entfernen wir MATE mit APT. APT ist dieser Paketmanager, den es unter Debian, Derivaten wie Ubuntu und Linux Mint gibt. Da gibt es diesen Befehl PURGE. Damit werden die Pakete einmal deinstalliert und irgendwelche Konfigurationsreste, die sie mit angelegt haben sollten, werden auch mit entfernt. Da haben wir wiederum das minus Y, also das Entfernen von Paketen und Konfigurationsdateien, soll ohne Rückfrage geschehen. Dann benutze ich hier den Platzhalter Sternchen. Ich möchte alle Pakete, die mit MATE minus anfangen und irgendwie aufhören, einfach entfernen. Genau dasselbe mache ich mit MATE-Bibliotheken. Bibliotheken-Pakete fangen normalerweise mit LIB an. LIB, MATE und Sternchen, also MATE irgendwas heißen die denn, LIB-MATE ist irgendwas. Und die werden entfernt, genauso wie MINT-Info-MATE, das ist so ein spezielles Paket von Linux Mint für den MATE-Desktop, genauso wie MINT-META-MATE. Das ist ein Meta-Paket. Dieses Paket enthält keine Informationen weiter, aber eine Liste von Paketen, die es gerne hätte, die mit installiert werden. Wenn ihr jetzt mit TDE vielleicht doch nicht so zufrieden seid und dann wieder ein Linux Mint 21 MATE-Edition haben möchte, installiert dieses Paket einfach nochmal und dann kommt alles wieder mit dazu. Als nächstes importieren wir den TDE-Signaturschlüssel. Den laden wir uns erstmal herunter von dieser URL. Die müsst ihr ja zum Glück nicht abtippen, die ist ja in meinem Skript schon drin. Und diesen Signaturschlüssel gibt es als Debian-Paket-Datei zu erkennen an der Endung .deb. Diese Datei speichern wir unter tmp-trinity-keyring.deb und das machen wir über WGET. Das ist so ein Kommandozeilenprogramm, mit dem man Dateien runterladen kann aus dem Internet unter Parameter minus großes O, der sagt, wo die Datei abgelegt werden soll. Danach bemühe ich den dpkg-Paket-Manager. Der ist auf tieferer Ebene. Der kann keine Abhängigkeiten auflösen wie APT, aber er kann einzelne Debian-Paket-Dateien mit der Endung .deb installieren oder auch wieder deinstallieren. Über den Parameter minus i sagen wir, dass wir eine Installation durchführen möchten und dann geben wir noch an, wie diese Debian-Paket-Datei heißt und wo sie im Dateisystem ist. Also in dem Fall genau dort. Nachdem die Installation durchgelauft ist, brauchen wir diese Debian-Paket-Datei nicht mehr. Mit RM für Remove entfernen wir die Datei wieder und dann haben wir ein bisschen Speicherplatz gespart und sind irgendwie sauberer davor. Damit unser Linux Mint auch weiß, wo es diese Pakete zu beziehen hat, sagen wir ihm in einer weiteren Paket-Quellen-Liste, die wir dort anlegen. In diesem Verzeihnis etc.apt-sources.list.de können wir zusätzliche Paket-Quellen-Listen-Dateien anlegen und wichtig dabei ist, dass diese Datei die Endung .list hat. Ansonsten kann APT damit nichts anfangen und ignoriert die Datei. Und da machen wir eine neue Datei, Trinity.list und da schreiben wir folgendes rein. So und durch dieses Farbschema kann man es jetzt wahrscheinlich schlechter lesen als vorher, darum nehme ich die Markierung wieder weg. Also mit Depp fangen wir an. Depp leitet immer eine neue Zeile in so einer Paket-Quellen-Listen-Datei ein, dass dort eine Quelle für Debian-Pakete kommen. Die eigentliche Quelle ist das hier. Ohne Umbrüche habe ich für die Lesbarkeit einmal umgebrochen. Aber eigentlich sieht das Ding hinterher so aus. Da steht einmal drin, von wo es diese Pakete runterladen kann. Das ist quasi ein Verzeichnis auf einem Webserver. Und dann kommt als nächstes, welche Version von eurem Betriebssystem, von eurer Distribution verwendet werden soll. Unter Linux Mint 21 auf dem Ubuntu 22.04 basiert, was Jemmy heißt, tragen wir hier Jemmy ein. Die letzten beiden Angaben, die sagen noch, welche Pakete wir haben möchten. Also da gibt es einmal diesen Main-Bereich für R14, also das Release 14 von dem Trinity-Desktop. Und Depps, da gibt es noch zusätzliche weitere Abhängigkeiten, die gebraucht werden. Also das müsst ihr schon so eintragen. Da steht auch alles auf der Trinity-Webseite, wenn ihr es nochmal nachvollziehen möchtet. Dann gibt es hier vorne noch dieses hier Arch gleich AMD64. Da ich ein Linux Mint 21 nur als AMD64, also ein 64-Bit-Betriebssystem installieren kann, gebe ich das hier nochmal extra an. Ansonsten würde APT auch gucken, ob es 32-Bit-Pakete gibt. Und das klappt irgendwie nicht. Das gibt ein paar unschöne Warnungen. Von daher sage ich ihm, ja, ich hätte gerne nur diese 64-Bit-Pakete. Dann ist APT zufrieden und ich habe diese Warnung nicht. Aber ich kann das eigentlich auch weglassen. Und wie ich gerade sehe, ich habe auch noch was vergessen. Also nachdem wir diese Paket-Quellen-Listen-Datei angelegt haben, müssen wir APT auch nochmal sagen, hier, guck bitte mal im Internet nach, welche Pakete jetzt installierbar sind. Also da kommen jetzt ja ein ganzer Haufen von diesen TDE-Paketen mit dazu, die es vorher im System so nicht installierbar gab. Und über das APT-Update holt sich APT-Informationen von diesen Paketen erst mal runter. Die werden nicht automatisch installiert, aber APT kann danach denn suchen und kann die auch installieren. Jetzt können wir TDE mit ganz vielen Anwendungen installieren. Was ihr hier seht, diese ganz, ganz lange Liste da, das ist quasi so die Liste mit den Programmen, die ich ganz sinnvoll finde. Ihr könntet auch noch mehr dazu installieren, aber das ist quasi so meine Basis an Programmen, die ich auch hin und wieder oder sehr häufig benutze. Da sind denn solche Sachen bei, wie hier Gwenview, das ist ein Bildbetrachter. K3B, ja gut, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Da brennt noch CDs und DVDs, kann man damit machen. Dann gibt es, ja was gibt es hier noch alles? Da gibt es, mal gucken hier, Conqueror. Das ist ein Webbrowser, den man eigentlich auch nicht mehr braucht, der doch schon etwas veraltet ist. Benutzt den eigentlich nicht mehr. Beliebt ist aber bei mir die Konsole. Ich mache sehr viel im Terminal, also Text-Modus-basierte Programme. sogenannte Kommandozeilen-Programme verwende ich sehr gern und häufig. Dafür gibt es die Konsole. Dann ein Programm hier, Car-Rename, zum massenhaften Umbedennen von Dateien. Auch hin und wieder sehr praktisch. Dann gibt es hier noch den TDM-Trinity. Das ist so ein Login-Manager. Da gebt ihr euren Benutzernamen und euer Passwort an und dann landet ihr auf eurem persönlichen TDE-Desktop. Ja und da gibt es noch viele, viele weitere einzelne Programme. Aber wie gesagt, das ist meine Zusammenstellung, mit der ich eigentlich ganz gut zurechtkomme. Wenn da irgendwas bei ist, was ihr nicht braucht, könnt ihr das Paket auch deinstallieren. Aber probiert es erstmal so aus, wie es dort ist. Ja und dann am Ende haben wir noch OBS und KDE-N-Live. Die könnt ihr dazu installieren, wenn ihr auch so ein Multimedia-System damit haben möchtet, wie ich es hier benutze. Oder ihr lasst es weg, je nachdem, wie ihr es braucht. Dann, unabhängig davon, von dem TDE-Desktop und allem Möglichen, was sagt ihr zu dieser Schriftart? Könnt ihr die besser lesen? Die ist vorgeschlagen worden für Legastheniker, dass man die besser lesen kann. Ich bin mir noch unsicher, ob ich die jetzt besser lesen kann oder nicht. Ja, also ich könnte natürlich die Schrift auch für mich größer machen. Augen werden irgendwann schlechter und überhaupt. Oder ob die vielleicht leichter lesbar ist. Schreibt das einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr das so empfindet, dass es vielleicht leichter zu lesen ist als andere Schriftarten, die vielleicht ein bisschen weniger schnörkelig sind. Oder weiß ich nicht. Was haltet ihr davon? Ganz einfach, schreibt es mal rein. Ja, das war es denn für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal. Hier gibt es sehr vieles zu Linux Open Source Projekte, die ich entweder beruflich mache oder mit denen ich mich privat beschäftige, weil die mich einfach interessieren oder weil ich es auch ganz normal einsetze und euch darüber ein bisschen was erzähle. Ja, ansonsten bis dann und tschüss. Ja, ansonsten bis dann.